um weil ich weiß nicht brauche ich nicht was ist denn das da, Kobalt Inget? Kaktusstiefel habe ich schon, brauche ich nicht äh, pfff, brauche ich auch nicht nichts mehr Platz, na gut nun gut ach, in dem einen habe ich ja bloß diese ähm, ups diese ähm Meteoriten-Sachen drin habe ich auch noch Platz Leute, das ist ein Diamant irgendwas okay, jetzt ein Diamant Archer ich mach dem nur ein bis zwei Schaden ist ja krass so, für das hat alles noch Platz find ist gut nö, die Kisten wollte ich nicht ich muss mal was essen ausleuchten, gucken abschießen tschiu tschiu und Schaden bekommen Leute, hab ich doch gerade eingesehen naja, egal so, hier ist wieder was so, hier ist wieder was tier verzauberte Diamant ja, leck mir die Eier krass krass was nimmt eigentlich Sticks mit so oh, oh also ich finde den Boden den Boden, ja den Bogen richtig cool weil der macht 23 Schaden pfff erstmal bauen das sind zwei oh zu viele zu viel Scheiße Scheiße, jetzt hab ich den einen Schuss verschwendet pfff 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 n ne, woher wusste ich das bloß gut, warum ist es jetzt hier so eng hellol, warum geht es jetzt hier raus den muss ich jetzt nicht verstehen und was ist jetzt das da für nichts einfach mal mit weil er keine ahnung ein skelett Sonnen auch Gott steht schon so nicht dass es wieder zum Bombo kommt ich glaube das ist der beste Dienst gibt um um und gab es in einem Baum ich glaube es ist der beste Wäsche und ist das da und schild nehme ich einfach miet das passt da noch ein zusammen tschüss wo jetzt komme ich ganz raus glaube ich wer hat gedacht dass da essen drin ist da sehe ich schon Diamante ne ich hoffe dass sie ich weiß nicht ob das schon die beste Kiste war oder ob da noch was kommt aber soweit ich gesehen das sind jetzt drei Diamante ne der war daneben aber nicht schlagen nicht schlagen unfair Was will ich denn mit sowas? Passt da fast alles rein. Ich hab bloß keinen Platz mehr. Okay. Das kann nicht sein, der bewacht hier irgendwas. Bestimmt kann ich mir denken. Ja, siehste. Abbauen. Fick euch doch. Da seht ihr 24 Schaden an einem Skelett. Krass. 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 Kacke. Essen. Was für ein Wunder. Und. Was für ein Wunder. So. Das passt da auch rein. Das passt da nicht rein. Ich bin voll. Doch, das passt da auch rein. Okay, das kommt mir sehr... Sehr seltsam vor. Kommt da jetzt ein Battletower wieder, oder? Oder wie sieht das aus? Okay, anscheinend nicht. Bek. Bek. Irgendwas. Packpe. Back. Back. Jawohl. So läuft's. Aber... ein schild nämlich einfach mal mit nämlich auch mal mit kann man immer gebrochen ja das ist recht schon wieder ja voll phoenix feder ich verdiene hier backpaces glaubst du ja gar nicht ruhig schon mal keine bauen dann freut mich natürlich was ist das der eisäf schon wieder also jetzt nicht dass ich mich nicht freue sondern ich finde es halt cool so jetzt tue ich mal alle volle nach links das ist ja auch voll habe ich er nachher wieder saumäßig viel ein zu sortieren so das war ja das war ja das jetzt fehlt mir hier irgendwie ob die fein bin ich ehrlich bin aber ich glaube hier war noch was ja da war sogar sehr gut noch was was gibt der mir verlangsamung oder was lohntes lohn ist da war es geht hier bummerang habe ich auch schon gesehen müssen müssen es ist so gut wie kaputt das unterhalts noch platz das sind erstmal ein paar skelette neun meint was ist denn das hier redstone wieso redstone lol lol was ist denn das da ok ach komm ich nehme jetzt die goldstube mal mit weil da irgendwas mit protection 4 drauf ist und so